Hallo Andersdenkende! Ehe ich dieses Video starte, muss ich eine kleine Ankündigung machen. Und zwar hat sich der Link zu meinem PayPal-Account geändert. Ich mache das ja so, dass ich keine Werbung bei meinen Videos schalte und mich ausschließlich auf Spenden verlasse. Ja, und eigener Fahrlässigkeit sei Dank wurde jetzt gerade mein Konto gesperrt. Und weil es nicht so leicht ist, PayPal zu erreichen und zu kontaktieren, habe ich vorerst überhaupt keinen Zugriff auf mein Konto. Jetzt habe ich provisorisch eben dieses alternative Konto eröffnet. Nur, dass das klar ist, das Geld, das gespendet wurde, ist selbstverständlich nicht weg. Ich habe nur, wie gesagt, gerade keinen Zugriff darauf. Und weil das meine Einnahmequelle gerade ist, um mein Fernstudium zu finanzieren, habe ich mir jetzt eben dieses Zweitkonto erst einmal erstellt. Nur, dass es da jetzt keine Verwirrung gibt, dass ich gesperrt wurde auf PayPal aus Zensurgründen oder so. Das ist bislang zum Glück nicht der Fall. Vielen Dank für euer Verständnis und für eure Spenden. Seit Anbeginn der Massenmigration 2015 werden Kritiker der Krise und des Umgangs der Regierung mit den Konsequenzen denunziert, während scheinheilige Parolen wie »Seenotrettung ist kein Verbrechen« zum moralischen Credo erhoben werden. Es tut gut, für das Protzen mit oberflächlichen Moralismus beklatscht zu werden. Aber es wird Zeit, das Narrativ zu hinterfragen. Kritiker sind keine Unmenschen, Rassisten, Egoisten. In diesem Video fasse ich die wichtigsten sechs Kritikpunkte kompakt zusammen und erkläre, warum die angeblichen Seenotretter vielleicht heuchlerischer sind, als sie selbst von sich glauben. Punkt 1. Schlepperkriminalität Statt auf den perfiden Untergrundsmarkt der Schlepperkriminalität aufmerksam zu machen, sprechen die Medien in der Regel von notwendiger Seenotrettung. Dabei wird ein inzwischen weit vernetztes und hochkomplexes Geschäftsmodell glorifiziert, das in Wirklichkeit mit dem Leben von Menschen spielt. Die selbsternannten Seenotretter halten das Geschäft damit am Laufen und schaffen die Notsituation selbst, weil die Verantwortlichen selbstverständlich erkennen, dass es funktioniert. Damit wird Seenotrettung bzw. Schlepperkriminalität zu einem Fass oder eher gesagt einem Boot ohne Boden. Nur indem wir die Schlepper zur Rechenschaft ziehen und dem Ganzen konsequent einen Riegel vorschieben, können wir das Fiasko beenden. Inzwischen kolisiert überall der Satz, Seenotrettung ist kein Verbrechen. Ich setze dem folgendes entgegen, Seenotrettung subventioniert Verbrechen. Punkt 2. Kosten Wenn kritisiert wird, dass durch die Migrationskrise natürlich auch immense Kosten anfallen, dann wird uns in der Regel vorgeworfen, dass wir einfach nur komplett egoistisch sind. Aber diese Kritik geht über egoistische Motive hinaus. Fehlende Grenzsicherung in Kombination mit einem hochgradig umverteilenden Wohlfahrtsstaat ist das eigentliche Problem, denn es garantiert den wirtschaftlichen Ruinen eines Landes. Und dann ist auch keine Migration mehr möglich. Je unqualifizierter ein Migrant ist, desto höher ist sein Bestreben, natürlich in einem Wohlfahrtsstaat aufgenommen zu werden, da er genau weiß, dass er ansonsten wenig Chancen hat, sich ein paradiesisches Leben zu ermöglichen, wie er es sich eben von Europa erhofft hat. Werbung für den romantisch fürsorglichen Sozialstaat wird damit zu einem Freipass für ein komplettes Desinteresse an der eigenen Integration und stattdessen Faulheit. Kosten fallen außerdem nicht nur kurzfristig, unmittelbar nach der Einreise an, sondern auch langfristig, aber diese werden überhaupt nicht mehr berücksichtigt. Wir müssen dabei folgendes bedenken. Generelle Sozialleistungen, Flüchtlingsbetreuung, Versorgung, Unterkunft, bürokratische Maßnahmen, Sonderleistungen zu Integrationszwecken, gescheiterte Integrationsversuche mit finanziellen Konsequenzen, dann Familiennachzug. All diese Kosten führen dazu, dass wir unser eigenes Land komplett vernachlässigen müssen. Wegen der großen finanziellen Belastung werden Probleme im Land vollkommen ignoriert oder können überhaupt nicht mehr finanziert werden. Somit leidet unsere Infrastruktur und Schulen können ihrem Bildungsauftrag nicht mehr nachkommen. Außerdem, der Wohnraum wird knapper. All diese Probleme stehen aktuell sehr wahrnehmbar im Raum, aber sie werden kaum angesprochen, weil immer Probleme wie Klimawandel, Klimaschutz und Migrationskrise in den Vordergrund gedrängt werden. Punkt 3. Transparenz im Auftrag der Demokratie Hinzu kommt ein beschämender Mangel an Transparenz in der Kostenfrage und das widerspricht, zumindest in meinen Augen, unserem Grundverständnis von Demokratie. Invalide Asylanträge werden vorläufig oder sogar komplett in chaotischer Fahrlässigkeit einfach durchgelassen. An allumfassende Kostenanalysen wagt man sich erst gar nicht. Verbreitet werden sie sowieso nicht. Wir brauchen also deringende Transparenz in dieser Kostenfrage, damit die Bürger wissen, was mit ihren Geldern überhaupt gemacht wird und damit sie darüber abstimmen können, wie mit ihren Geldern umgegangen wird. Wenn dann kritisiert wird, ja gut, aber wenn wir die Leute darüber aufklären, was mit ihrem Geld passiert und wie viele Kosten da wirklich drinstecken in der Massenmigration, dann fließt vielleicht nicht mehr genug Geld in Seenotrettung und Flüchtlingskrise und das wäre ja komplett unmoralisch. Aber dann müssen wir das gesamte System der Demokratie hinterfragen und Sozialismus und Propaganda über Demokratie und freie Entscheidungen der Wähler stellen. Und ich weiß nicht, ob das so die beste Idee ist. Verantwortungsvolle wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen, ist nicht egoistisch, sondern es gewährleistet die Zukunft unserer Nation. Punkt 4. Demografieproblem? Wegen des Demografieproblems hat unser Land sowieso keine Zukunft mehr und unsere Bevölkerung braucht dringend Migration. Ich würde das Ganze mal aus anderer Perspektive betrachten. Und zwar wird das demografische Problem durch hohe Steuerlasten und den damit verbundenen höheren Arbeitsaufwand der Bürger noch massiv verstärkt. Große Familien in Niedrigverdienermilieus sind keine demografische Bereicherung für das Land. Und als Konsequenz wandern Vielverdiener und die Bildungselite sozusagen des Landes einfach ab. Damit kann der Mittelstand die finanzielle Belastung überhaupt nicht mehr stemmen. Wieso können wir nicht verstärkt Anreize für den Zuwachs in der eigenen Bevölkerung setzen? Und weil ich weiß, dass mir das dann wieder im Mund umgedreht wird, ich sage damit gar nicht, dass die deutsche Bevölkerung Ausländern so sehr überlegen ist. Aber ist es nicht irgendwie kontraproduktiv, zu sagen, wir müssen an erster Stelle an Massenmigration aus der dritten Welt denken, wenn es darum geht, das demografische Problem zu lösen, anstatt in der eigenen Bevölkerung dafür zu sorgen, dass Kinderkriegen wieder attraktiver wird. Und ich denke, da spielt auch der Feminismus eine große Rolle. Denn Frauen wird gesagt, dass Kinderkriegen mit so vielen Strapazen verbunden ist, dass es sich überhaupt nicht lohnt und dass es nur dafür sorgt, dass man kein komfortables Leben mehr fühlen kann oder seinem Job nicht mehr nachgehen kann, was natürlich so viel höhere Werte sind, als sich um ein Kind zu kümmern. Außerdem wird Abtreibung glorifiziert. Und das alles, denke ich, sind Probleme, die wir an erster Stelle in Angriff nehmen müssen, wenn es jetzt allein um das demografische Problem geht. Natürlich ist Integration ein Prozess gegenseitiger Zusammenarbeit. Aber die primäre Verantwortung liegt auf jeden Fall bei den Migranten. Ist das unfair? Nein, denn wie sonst soll Integration funktionieren, wenn der Migrant nicht einmal dazu bereit ist, die Sprache zu erlernen und den kulturellen Umgang mit den neuen Mitmenschen? Konsequenz mangelnder Selbstbeteiligung an erster Stelle führt zu Frustration auf beiden Seiten und das verständlicherweise. Es sorgt dafür, dass Vorurteile geschürt werden gegen den Migranten, weil einfach ein Kommunikationsproblem besteht. Und gleichzeitig kann es auch Kriminalität anstacheln. Dann führt es zu Parallelgesellschaften und im allerschlimmsten Falle No-Go-Zones. Religiöser Fanatismus ist ein weiterer Punkt, den wir unbedingt ansprechen müssen. Denn er gedeiht in einem Milieu mangelnder Aufklärung und fehlendem Anschluss an die Gesellschaft. Sobald Migration nicht mehr geregelt passiert, sondern einfach in Massen toleriert wird, ist Integration zum Scheitern verurteilt. Außerdem werden Migranten mit falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt. Und diese Enttäuschung veranlasst Kriminalität. Und das ist ebenso falsch. Nicht nur der eigenen Bevölkerung gegenüber, sondern gerade gegenüber den Migranten. Deutschland erweist sich nicht als das ersehnte Paradies, sondern als ein vollkommen überforderter Massenwohlfahrtsstaat, bei dem der herzallerliebste Regenbogenanstrich zur Betonung der Diversität traurig abblättert. Punkt 6. Die moralische Verpflichtung. Haben wir nicht deren Länder ruiniert? Unkontrollierte Massenmigration ist keine humanitäre Glanzleistung. Die Bevölkerungsexplosion in Afrika wird subventioniert. Die wirtschaftlichen Probleme der Herkunftsländer werden potenziert, weil Leistungsträger abgezogen werden. Das, was sich wieder aufbauen und reformieren ließe, lassen Verherrlicher der Massenmigration wortwörtlich verrotten. Mit dem Verschwinden ambitionierter Bevölkerungsgruppen verschwindet der gesamte Lebens- und Entwicklungsgeist eines Landes. Wieso investieren wir nicht in Hilfe vor Ort, wo Hilfe zigfach effizienter genutzt werden könnte? Das gesamte riesige Integrationshindernis, Sprachbarrieren etc. fallen weg. Unterstützung im Herkunftsland ist wesentlich günstiger. Reine Finanzspritzen aber sind nicht die Lösung. Was es braucht, sind sinnvolle Bildungs- und Gesundheitssysteme, Aufklärung, bessere Infrastruktur. Die Länder brauchen ihre Fachkräfte. Und wem eben dieser intrinsische Tatendrang zum Ermöglichen eines besseren Lebens für sich selbst fehlt, der hat auch in unserem Land nichts zu suchen. Der große Schuldkomplex ist die Waffe zu unserer Selbstzerstörung. Und ich lasse mich nicht dafür denunzieren, dass ich Migration lieber rational angehen will. Ich hoffe, ihr könnt mit dieser Sammlung an die Argumenten ebenfalls etwas anfangen und das negative Feindbild, das um Kritiker wie uns konstruiert wird, zerstören. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht entmutigen.